hallo willkommen zurück hier bei bus simulator 16 das grabenstraße bis marktallee ja genau das machen wir jetzt mal zack zack wir brauchen wieder noch ein bisschen geld die wir mit einem bus noch kriegen viele baustellen oh wei koffein chunky so tür auf und zack und tue zu möchte mich schon mal hier bedanken bei meiner community hier die mich immer tatkräftig unterstützen und echt cool dass hier meine videos alles so gut ankommen bei euch oh nein ok ich muss komplett einschlagen ach egal das war jetzt knapp mal wieder das muss ich hier mal abbiegen ja ich möchte einfach mal danke sagen für eure ganze treue hier besonders meine stammzuschauern so es gibt halt immer wieder spastis und hobbylose die meinen hier jedes video schlecht machen zu müssen wir sollen es erstmal besser machen ganz einfach aber sonst würde ich interessieren wir haben unseren spaß und das ist gut so wir werden jahre machen viele viele jahre werden wir zocken ich freue mich auch schon auf meine neuen projekte die dann kommen es wurde auch ein bisschen von euch gewünscht wie zum beispiel dieses youtubers live wo man einen youtube hallo wo man einen youtube einen youtuber spielt im spiel oder auch zum beispiel hier fernbussimulator der bald rauskommt oder sonst was dank euch ist es hier überhaupt möglich ich krieg jetzt schon jeden tag fast zehn abonnenten ich muss euch mal vorstellen das heißt wir haben bald die 2000 erreicht bei 5000 gibt es auf jeden fall ein gewinnspiel so wie steht fest so als riesen dankeschön aber nur bei 5000 weil 2000 ist so eine krumme zahl ich weiß auch nicht nur bei 5000 und 10.000 und so aber da bin ich noch weit weg sind das was stimmen ist da gar keiner drin oh gott muss ich Angst haben so ich baue immer noch die haltestelle hier ich glaube die ist auf einer anderen seite oder hm schauen wir mal so schnell drüber ich hoffe nicht dass es wieder rot wird genau soo schön um die kurve gefahren und hinten ist schon wieder neblig alles und da vorne auch nebel 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 und ein bisschen sonnenschein das ist für ein bescheuertes lied ey so da sind wir schon und einsteigen zwei fahrkarten bitte zwei fahrkarten ok 2 80 kriegst du 2 20 zurück bitteschön danke mein ich hätte gerne eine normale wochenfahrkarte bitte 33 danke mein ich hätte gerne eine normale wochenfahrkarte bitte so jetzt haben wir ein paar leute drin aber nur ein paar fischerweg fischer fischer verkehrsstau oh oh wo denn ich sehe nichts oh nein bitte kein stau jetzt bitte nicht ich liebe dieses wetter ich mag wie es die stadt aussehen lässt sehr majestätisch so hier mal abbiegen da mal blinken also stau haben wir jetzt noch nicht bis jetzt hervorragend majestätisch eine fahrkarte eine fahrkarte Einzelfahrtstudent genau noch jemand ich brauche nur eine fahrkarte nur eine fahrkarte ok die kriegst du auch vielen dank nix zu danken nix zu danken nix zu danken ihr netten menschen oh grad noch wo ist grad noch wo ist grad noch Das ist nicht schön Da, guck dich das an! Boah, leck mich am Arsch! Was ist denn da los heute? Ich muss öfter mal rausgucken Hahahaha! Boah! Es geht ab! Jetzt wird der vor allem parken Oh man, da muss man echt aufpassen hier! Was kommt jetzt? Kongress, ne? Kongress! Oh Gott! Das ging jetzt flott! Ich brauche eine Einzelfahrkarte für Senioren, bitte! Okay! Zahlt immer jeder mit 5 Euro, ne? Möchtest du das? Komisch, ne? Immer gleich! Ich würd gern mal! Darf ich? Danke! Komischer Straßenname! Ah nicht! Hallo! Ja, ja! Ich habe die Überweisung bereits erledigt! Alles hat perfekt geklappt! Ja, ich habe es immer beruft! In Ordnung! Kein Problem! Danke! Einen schönen Tag noch! Ja! Probleme haben die! So, wieder Kreisverkehr! Das heißt, nicht blinken! Erst wenn wir rausfahren! Genau! Da vorne ist wieder so ein komisches Ausrufezeichen! Was immer das heißen mag! Verkehrsstau, nein! Bitte nicht! Ich bin ja nicht jetzt auf meiner Spur hier! Bitte hinterlassen Sie im Bus keinen Müll! Vielen Dank! Hey! Wie geht's dir? Das ist meine neue Nummer! Du speicherst sie besser in deinen Kontakten? Ist gut! Wir unterhalten uns später! So! Wieder Baustelle! Natürlich! Feuer abzusehen! Geh nicht blinken! So! Jetzt aber! Alle raus! Die raus wollen! Oh hallo! Eine Fahrkarte bitte! Und die rein wollen bitte rein! Cooles Deutsch! So! So! Was kommt jetzt? Nächster Halt! Marktallee! Dies ist der letzte Halt! Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habsichtigkeiten zu nehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen! Oh Gott! Vorsichtig! Nächster Halt! Na jetzt ist ja auch schon wurscht! Ich glaub der hat Angst, dass ich hier raus bin! Aber komm ich ja nie an! So! Hier jetzt! Endhaltestelle! Ja so gut! Ich mach schon auf! Ja das war schlecht, ne? Das war schlecht! Die vorigen Fahrer wurden eine Erfahrungsstufe erreicht! Cool! Ist schon recht! Es wird immer weniger! Eigentlich grad! Neue Fahrer, neue Firmengarage! Ja, ja! Ist schon recht! Ähm! Was? Ne, nicht mehr Spieler! Ne! Hallo! Ah! Hier ist es! Okay! Machen wir mal erstellen! Machen wir mal eine neue Karte! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Ja! Fast so! Jawoll! Fahren! So jetzt machen wir es ganz langsam! Überfüllt! Oh nein! Da brauchen wir einen Kaffee erst einmal! So! Aufmachen! Einsteigen! Einsteigen! Machen wir hier mal auf! Hier die Glocken! Okay! Und los geht's! Oh wei! schon recht! So! Hier geht's jetzt zur ersten Haltestelle! Genau! Die erste Haltestelle muss der dunklen Linie folgen. Da ist eh keiner drin, jetzt kann ich rasen. Kann sich keiner beschweren. So. Schnell nehmen schnell den Durchlauf. Liebe Kinder, niemals so rumrasen. Nächster Halt, neue Straße. Alter, was ist da los? Na komm. Hallo, fahr doch jetzt. So was lahmarschiges hier. Was ist mit dem Lenker jetzt los? So komisch ausgeschaut. So gezittert. So. Brauchen wir doch das Geld. Okay. Wir wollen hier jetzt nach links abbiegen. Neue Straße. Ich brauche bitte ein paar Fakten. So jetzt geht's los. Normal. Zwei. Sechzig sind zurück. weiter. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt bitte. Okay. Vielen Dank. Gern geschön. So jetzt aufpassen. Schön aufpassen jetzt. Wo ich hinfahre. Okay. Neue Straße West kommt jetzt. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Du kriegst auch nicht mehr. Gehen Sie mich nur. Ich schaue es mir an, wenn ich treibe. Einen schönen Tag. So. Wer ist noch jemand? Mit oder nicht? Nein. Möchte keiner mehr. Dann fahren wir weiter. Na gut. Jetzt schön aufpassen wo ich jetzt hinfahre will. Klingling. Klingling. Oh je. Wir saufen da wieder. Nicht schon wieder. Sankt Andreas Kirche. Hu. Einzelfahrt für Senioren. Okay. Nein, 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 nein. Meine Geldmörse. Hab ich sie verloren? Oh. Da ist sie ja. M-Moment. Ist das... Ist das der Bus? Oh ja. M-Moment. Ja. Hau ab. Oh puh. Was für eine Spaßbremse. Verpiss dich bloß. Muss ich beim Bus nicht so suchen? Vorsichtig. Mann. Jedes Mal. Nächster Halt. Neue Straße. Ost. Ich habe jetzt echt aufgepasst. Oh Mann. Ich brauche das Geld, Mensch. Ich brauche mal so einen Tag wo Touristen rumfahren. Damit ich mehr Geld kriege. Was kommt immer darauf an, ne? Hm. Habe ich schon gemerkt. So. Da tippt wieder jemand mit dem Handy rum. Guten Tag. Eine normale Einzelfahr bitte. Danke. Einen schönen Tag. Was ist mit dir? Nix. Okay. Dann nicht. Und dann eben nicht. Und hat der jetzt nicht geblinkt? Hä? Nächster Halt. Freiheitsstraße Westen. Dies ist der letzte Halt. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habsieligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Genau so ist es. Denn dann ist auch die Folge zu Ende. Dann schauen wir mal, wie viel es diesmal gebracht hat. Ich bin mal gespannt. Freiheitsstraße Westen. Und? Sag's mir. Oh. 2400. Immerhin. Hä? Ich verstehe nicht. Egal. Ähm. Jens Grunwald. Jens Grunwald. Äh. Können wir auch mal hier machen. Zack. Und du. Und du. Und du. Und du. Und du noch. Strecke zugewiesen. Acht. Ah ja. Okay. Das ist schon mal was. Okay. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Bussimulator 16. Tschüss.